Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Töni. Ich habe nach dem letzten Mal Wertnern noch einen Skillpoint im Bue the Elements Frost gegeben. Wir hatten so wirklich nichts mehr, was ich ihm unbedingt geben wollte und das macht zumindest mehr Schaden zugegebenermaßen. Dann betrifft das Waffenschaden. Ich werde mal darauf achten, ob es auch auf Zauber zutrifft, aber ich denke mal nicht. Nichtsdestotrotz, das war das Einzige, was noch halbwegs übergeblieben ist. Ich habe eine ganze Menge Kram verkauft. Wir haben jetzt wieder Geld. So viel Geld hatten wir noch nie und Siren habe ich mit diesem netten Ding ausgerüstet. Mal gucken, wie sich das so macht. Und ich wollte jetzt noch was für Wörs basteln. Die kämpft ja im Moment mit den beiden Sachen. Ich denke, eins davon könnten wir mal durch ein besseres ersetzen. Ich habe Wörs auch dieses komische Elixier auf Schlag mich tot hier. Elixier Finesse trinken lassen. Weil sie ja schon 19 hatte. Jetzt hat sie 20. Das heißt, sie ist noch besser. Und ja, da wollen wir jetzt mal basteln. Forge something for me. Was ganz interessant klingt, ist das Ding hier. Masters of the Craft. This blade was inspired by the weapons yielded by the ice-short people of the north. Former tribe blablabla. Seeking to revive their methods. Code forge that first shot of yielding. Ja, ja, ja. So, hier kommen wir zum interessanten Sachen. Frostbite. Frozen Affliction. On Weapon Crit. Und Artifact Ability. Freeze an enemies, stealing their fate. When the effect ends, the ice reforms, stealing massive frost damage. Das klingt irgendwie ganz gut. Wir brauchen dann allerdings noch einen zusätzlichen Recruiten. Gut, das ist ja, das lässt sich ja, wo sind wir denn, äh, hier, zusätzlichen Recruiten wir zu haben. Aber Vega Control Stone brauchen wir nicht. Control Fire, Control Frost vielleicht. Metal Armour. Warum nicht? Vielleicht, vielleicht hat er irgendwas Interessantes oder sie irgendwas Interessantes dabei. So, jetzt müssen wir uns mal kurz wegbeamen. Beamen wir uns hier hin. So, boing. Beamen wir uns wieder zurück. Dann können wir auch basteln. Und wieder zurück. Das klingt auch nicht schlecht, by the way. Scales of Mercy. Tripping the scales creates pulsing effect, äh, effect around the wearer that reduces enemy accuracy. Könnte auch ganz nett sein, aber, äh, accessories haben wir schon so viele gute. Ähm, deswegen würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal, so, das ist, äh, artefacts, snowfall, forge. Okay, sehr gut. Gut, dann gucken wir jetzt nochmal, äh, hier nochmal hingucken. So, angesichts der Tatsache, dass wir im Skilltree schon ziemlich, äh, also im Skilltree schon ziemlich weit fortgeschritten sind, ich glaube, so wahnsinnig viel kann nicht mehr sein. research something, äh, research artifacts, ja, daggerplants, shieldplants, seagullscroll. Das klingt ganz gut. Gut, ich weiß nicht, ob wir da nur Sachen kriegen, die wir noch nicht haben, weil, wenn nicht, wäre das, ist das wahrscheinlich vertane Zeit, aber... Äh, ach, wir haben so viele research. Okay, gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal dahin, wo wir hin sollen. Wo sollen wir denn hin? Äh, stopp. Wir sollen. Äh, Sentinel Stand. Und, das ist wo? Hier ist es nicht... Hier. Okay. Betard Fortress ist the historic home of Star Wars ruling families, the Regents. Protected by two massive walls, it was never taken during the Conquest. Das werden wir ändern. Frustrated with the siege, Kairos issued an Edict that severely damaged the castle and left it encased with a massive perpetual tornado. Oh, okay. Gut. Hätte ich nochmal schlafen sollen, ne? Ach, egal. Wir schlafen, wenn wir tot sind. Oder so. Okay. Sieht interessant aus hier. Na gut. Brought to their knees in the most brutal way possible. The ultimate fate of any, who would defy Kairos. Aha. Okay. Ah, hier haben wir schon mal was. Dann gucken wir erstmal. Gucken wir erstmal hier lang. Gucken wir hier durch. Okay. Können wir nicht durch. Das ist ja... Gibt's hier was? Irgendwas? Versteckt? Nee, gut. Also. Mhm. Ist hier irgendwo irgendjemand? Oder ist das hier alles verlassen? Was suchen wir hier genau? Äh... Lies dauntless. An unbroken blade of legend. Okay, gut. Can't do that. Echt nicht? Kannst du hier? Hier kannst du durch. Sorry, I can't. Mhm. Hm? The mud that once encircled sent in a stand has long since succumbed to a harsh environment. Standing water and patches of moist dirt are all that remain. Okay. Da geht's offensichtlich weiter. Wir gucken aber erstmal noch hier. Du kannst aber erstmal noch hier... Ja, mach ich gleich. Guck erstmal hier. Center stand keep us once a proud and posing structure. Now it stands as a mere shadow of its former glory. Okay. Oh, da gibst du da publieke Pearl. Ne, das ist ja fantastisch. Ach, scheiß Zufallsgenerator. So, ich hab den Eindruck, hier müsste uns mal jemand vorbeikommen und uns mal auf den Kopf hauen. Weil das machen doch üblicherweise immer alle. Hier ist auch nix. Können wir da nicht hin? Da waren wir schon. Okay. Hallo. Wow. Das ist ja echt windig hier. Da haben wir noch mehr. Ja, und hier passiert was. Okay. I've long desired the chance to see the embodiment of Kairos' wrath, though perhaps not so closely. Achso, wegen dem Tornado da. Okay. No one throws a tantrum like the Overlord. In spite of her remarks, sie even wears a look of grim introspection. Oh, das war ganz was noise. Verse holds her ground, the storm whipping through her hair. Ja, das ist definitiv so passiert, was ich hier. Aber gut. I wonder if I could ride that storm. Schatzi, du bist zwar relativ schlank, aber nicht so leicht. Also das... Und wenn der dich in deinem Menschsein aufnehmen und durch die Gegend wirbeln kann, das können Winde schon, aber das ist dann nicht so, dass du die dann lenkst. Also nur damit wir uns... Ich will ja nicht deine Hoffnung zerstören, aber ich glaube, das wird nix. What do you say? We find a barrel, seal it up with me inside and see what happens out there. Maybe not. Okay, ja. Das ist nicht riding the storm. Das ist hiding in a barrel and being tossed about. Also nur. Aber bitte. You step forward, but the winds repel you like a physical wall of force around the tornado's edge. The area ahead is impossible. Das ist ja blöd jetzt. Stay vigilant, Fadebinder. Do you hear that? A voice almost. Perhaps a song. You catch an odd sound in the wind. Low moan. Okay, das klingt mir ja nach irgendwas Untoten. Hidden within a cacophony of swirling dirt and metal debris. The clouds of dust seem to close upon you. Within them you see patches of glowing red. What? Hallo? Es sind Untote. Oder sowas in der Art. Ja, hallo? What? Warte, warte, warte. Ganz ruhig, ganz ruhig. Also ihr wollt nicht mit uns reden, nehme ich an. Was für Scorch. Du bist... Also nochmal. Das ist... Hoch ist schlecht. Runter ist gut. Okay. Also. Hoch ist schlecht. Runter ist gut. Das heißt, du nimmst Eis. Du nimmst... Okay, ihr nehmt auch Eis. Na gut, dann machen wir Landry. Dann mach du mal Eis. Kannst du das irgendwie... Ne, mach das mal so. Wertner. Was haben wir hier? Hier haben wir... Eis. Und... Auch Eis. Gut, machst du. So. Hm. Rhymespike und du machst noch mal äh okay, das Ding nimmt wir dann keinen Feierschaden nehmen und das nimmt keinen, hast du noch irgendwas anderes eisiges? Hast du nicht? Egal Okay, naja, das war ja relativ unspektakulär Wo ist der jetzt schon wieder? The Bane are gone, the unnatural cry silenced leaving only the tornado's violence in your ears as the dust clouds recede, you spot a crotched figure on the wall above Look there, Fatefinder atop the wall someone takes note of our passing What? Wo denn? Ach da! Ach das ist a top, ja stimmt, ist a top-lover Also hier kann ich nicht rein The wind was finally passed, during bits of rock made the person A soldier kneels behind the ruined parapets You can tell by his raiment, old starboard gear, that he is an unbroken soldier He appears at you with a mixture of caution and curiosity You handle the Bane well enough, but what brings you to this forsaken place? He pauses as recognition dawns in his eyes Na wird auch Zeit, ich meine, wir sind immerhin wertnah, ne? Wir sind, wir sind weltbekannt hier in der unmittelbaren, umgrenzenden Region You're the Fatebinder of Tunaan, are you not? Pretty far removed from your perch and then wins well What brings you to Sentinel's Stand? Work! Not the weather, I think? Haha, lustig! I've always wondered if the air was cleaner atop the spires I take it you're getting awfully familiar with them if the word I hear from Nothing's Crossing is any indication I'm looking for the sword they call the Dauntless Then you're not here to end the edict like you did in Azure I knew that hope was a mistake Ja, nun warte doch mal ab, ich meine, das können wir da auch noch machen Also das ist, das ist ja, das ist ja multitaskingfähig, ne? Also, und wenn nicht wir, dann zumindest Syrian und worse Aye, I've heard of it, but the task sounds like a fool's errand to me One of Starwood's regents carried the Dauntless during the war but either the winds or some battle swept the sword to places unknown Das nicht hilfreich Hardly surprising, at their full strength these winds can take the skin from bone Okay Come up here if you doubt it, not a pretty sight I would have guessed you sought the entrance to Sentinel Stand and imprisoned Northerners like Graven Ash and his ironclads I guessed wrong Unless you've come to the blade grave to kill the last regent and end the edict of Storms The Unbroken have no cause to help you Why are you here? I drew the short straw The Unbroken make a habit of patrolling the outer fortress in case the storm breaks or someone happens to emerge from the keep If we could find a way to cross the wind wall we could take back Sentinel Stand and defend our country from a position of power The Unbroken Legion was the proud and accomplished army of the realm of Starwood citing their victories as evidence of skill they prided themselves on never facing defeat while fighting on home soil After the Edict of Storms tore apart Starwood and twisted it into the blade grave Ach so, das ist... Okay, das ist irgendwie aus dem Boden gehör Das ist... diese... 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 diese Dinger Also, das sah so aus wie irgendwelche prähistorischen, ähm... Na... Ripcages von irgendwelchen Dinosauriern Also... okay Ähm... Twisted in the blade grave Und das sieht ja schon so ein bisschen nach blade... Aber... grave... Keine Ahnung, warum ich das assoziiere Egal... Barely a twentieth of the unbroken former strength survived to continue the war against Kairos' forces Okay... Ähm... In any case... Nothing ever comes of our patrols Something... Something of a fool's errand, if you ask me I'd be surprised if the Storms came in my lifetime No one holds a grudge like Kairos Okay, ihr seid also, ihr findet Kairos doof Okay, können wir euch irgendwie rekrutieren Damit ihr uns in unserem... Mittelfristiger... In unserer mittelfristigen Machtergreifungsplanung irgendwie unterstützt Ähm... So, how can I find the daunt? Das hat er schon gesagt, da weiß ich nicht was ist Ähm... Why is the last Regent important? The Regent's carried the bloodline of old Stalwood's ruling family That link, any connection to the past really Carries a lot of weight Maybe even too much Of all the younger realms Stalwood's ruling order has always been the most resistant to internal conflict The flippant answer is to say they are all unthinking zealots But put yourself in their footsteps For all they've known, the regions have staved off all foreign invasions for centuries While every other realm in the tiers cannot boast the same That's a damn respectable reputation So it's hard to fault the common folk for being so devoted to their dynasties To make matters worse, the bloodline is tied to Kairos' edict As long as they live, the storms will continue to tear apart our country Ah, okay Da haben wir da unser loophole gefunden And the last of the regents Is trapped in here I see a point Stratus Herodin, the last regent Is hiding behind Kairos' windball Pretending he still rules Stalwood That was First chance I get I'm plunging my blade into his heart And ending this edict for good Stalwood has suffered enough Okay What do the unbroken want? Sentinel's stand used to be a seat of pride for the regents of Stalwood These days It's a These days it's a wind blasted ruin But it could be made an unassailable fortress for the unbroken If we could just dispel these storms Kairos envisions us groveling in supplication Slowly eroding our culture like details carved in stone We will not accept their meek vision of Stalwood But if I am to die It will happen upon the battlefield Defending our nation's future Yeah, 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 yeah Say the unbroken get through the storms How do they expect to breach the keep walls? It's no small challenge, true But we've had a year to make preparations Okay Our alchemists cobble together a nasty and unstable powder That explodes when thrown in quantity Stalwood justice, I call it Though the name hasn't stuck We have enough stockpile to blow a hole in the old walls If we set our minds to it Okay What was that about disfavored prisoners? Before the edict of storms hit us last year A stalwood patrol captured the company of disfavored Hahaha I know at least some of the prisoners made it to sentence then No one's been in contact with the keep since the edict hit But I have it on good authority that one of the prisoners was the daughter of Graven Ash Ah, look at that one That might be helpful Hmm Voraussetzung He has more or less a normal relationship to his daughter Which is not necessarily a case But please I'm not a military strategist But it could Let But it doesn't Take one to know No one's I'm not a military strategist I'm not a military strategist But It doesn't Take one to know That the Arkham of War Holds his troops in high esteem The regent Yeah, but he's a Bubbling idiot The regent trapped in sentence stand Wouldn't execute one Without trying to barter a deal So there's at least the chance That the prisoners are still alive Don't you think? Yes, but what I don't understand You didn't help us with the bane True enough You'd do well to remember that I'm a scout And good scouts stay out of unnecessary fights Especially those with questionable allies No offense intended Nine taken First finish this picking your teeth with a dagger What is this okay? Because Stimme seems about right I'd would have accepted Shifty or Suspect as well Arschloch That he not approving me As he transcribes the discussion Okay, that's what I'll Is mitgeschrieben Offense definitely taken, Worm As if someone of my station would be seen Quoting with you Okay 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 So how can I find the Dauntless? You likely won't But you weren't the only one looking for the legendary blade Alter What? Our leader Matthias And eh Matthias Aim to get his hands on Dauntless too We haven't seen him in some time Okay, euer leader is also nicht der Dings Okay He takes note of the artifacts in your possession Ja, das sind inzwischen ganz a Menge His eyes widening during the appraisal But you're clearly no stranger to picking up trinkets of incredible values So perhaps Dauntless will not evade you for long We have a good soldier out of Duskwatch Fort By the name of Agathon Really? Uhm He would likely know more about Matthias And the hunt for the Dauntless The area around Duskwatch is crawling with graven ashes eilenglad Nicht mehr lange So tread lightly If you can help Agathon dispatch them all the better The scout tips his head and steps back from the parapet Vanishing into the obscurity of the storm Ich wollte, hatte, hatte noch was anderes zu sagen Moment, okay Okay, also hier kann man nicht rein Und dahinter geht's irgendwie weiter Hab ich das richtig verstanden? Hm Okay, also das sieht mir irgendwie... Okay Das sieht mir nicht so wahnsinnig natürlich aus Also zumindest nicht nach normalen Steinformationen hier Aber... Es sind offensichtlich keine... Was auch immer das ist So, der denn... Gucken wir mal Ist hier in dem Well irgendwas drin Oh Well Ehh... 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 This appears to be the body of the unbrockened champion you're looking for But the Dauntless is no way to be found Achso! Okay Aha Ehh... 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 Wo sind wir denn... Ah hier sind wir runtergekommen, okay Na gut Na gut Na gut Ehh... 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 Gutan Tag Oh no! It´s just my humbled.... That i would run afoul of T'Unon´´´s Fatebinder Uhh... Ehh... Jean Lieu, buddy, ähh... Ehh... Why not just let me go? These are tough times and mercy is more variable than gold Waa-was... Warum... cafeteria vezin Morgen Uh, everything you know about Duskwatch, now Throughout the wall the Unbroken kept this fort locked up against Kairos' forces It might not be much to look at, but the folks behind those walls are a spirited bunch Not even the Storm has broken their nerve I know what the Commander would say That the Southerner is too ignorant to wipe the grit from his eyes But the Unbroken have been using the storm against us And, well, you have to respect that Okay, tell me what the Swayrard are doing here and I might spare you Ash ordered us to take the fort Commander Osomios also says there's a northern prisoner behind those walls Uh-huh Uh, okay That's all I know, mostly focus on my orders, like a good sentry Okay, go on Thank you, never meant to get in the way of the law So Ja, klar hätten wir ihn abstechen können, aber Er war ja hilfreich und wir wollen ja auch unser Wort halten Zumindest manchmal Ähm Okay, hier kommen wir durch offensichtlich Okay, das sieht man, oh Gott, das ist ein ganzes Lager voller disfavored, oder? Mhm Wir werden wahrscheinlich jeden einzelnen umbringen Okay, da drin haben wir schon mal Kram Ähm, laufen wir erst mal Schön drumrum Um den Um den Block Woher lang? Ja, können wir Okay Da ist auch noch was Hier noch was Kommt man da irgendwie hin? Hier haben wir ein Boot Oh ja Nö Ah, die sind schon voll Okay Ähm Gut, dann wollen wir mal schauen Was haben wir denn hier Also das ist Du hast davon schön genug So das Ähm Okay Vergleichen wir das mal mit dem Ding hier Hm, der ist besser Ich meine, wir benutzt Werden ihn nie benutzen Aber Jetzt haben wir zumindest einen Außer sich die richtig guten Bogen Zumindest besseren Bogen Ups Okay Habe ich ja, da müssen wir hier mal rein Nehmen wir doch hier mal Äh, okay Hallo Okay Okay, du bist Agathon Redard Captain Lingus Ach Ach, hier sind gar nicht die Disfavored Aha Ach Northern Northern Prisoner ist natürlich ein Prisoner von Von den Disfavored Klar, wir sind ja Northerners Also die sind ja Northerners Ja, ja, ja Das ist Äh, gerade verwechselt Redard Captain Lingus You are not with the supply caravan And you aren't unbroken Fair warning I have no wish to audience Another of Carous' empty Appeals to surrender You have no business here Turn around and leave Or there will be consequences Hm Diplomat Ne, sind wir nicht Kein bisschen I'm actually just seeking the dauntless I'm presently between loyalties Das ist eine schöne Formulierung Werd Excellent He blinks and then smiles So you are cut off From Kairos' brood And you thought you'd Go treasure hunting In the runes of Starbots Aber weißt du nicht wer ich bin? That's chilling By any standard And I almost respect it Unfortunately I'm not in the habit Of handing storied weapons To every warlike Ex-patriot Who happens by The sword belongs To the unbroken And I doubt That the drop of Starbott blood Runs in your veins Any one of us Would lay down Our lives To keep dauntless Out of a foreigner's hands Janus Janus Told me that Matthias Was searching for dauntless That storm crazy Scout Has been running This mouth again Face palming I'd been an even greater fool If I told you Well Matthias Is gone So you can forget about that I won't have you Sabotaging our efforts To secure the freedom Of this country Yeah my god Vielleicht sollte schon mal anfangen Mit uns Mit mir Also mit uns zu verhandeln Weil in mehr oder minder Ferner Zukunft Werden wir Die ganze Welt beherrschen Der Plan What can I do To persuade you Get that out of your head You have nothing I need And I wouldn't trade Any service in the world For dauntless We're taking this Thought business Awfully seriously You were the one Who brought it up Look You seem nice enough Okay Cancels offensitli And if it weren't for everything That brought you here Up to this point Yes including the war I'm sure we'd be fast friends But dauntless is a symbol Of a country's strength And unity Ja aber auch nur ein Symbol Giving it up Giving it up Would be defeat Second only to losing To losing central stand Wo ihr im Moment auch Keinen Zugriff drauf habt Weil da der Wind ist Das ist ja klar If you think I'm going to bend On that point You're dead wrong Glare silently I've been standing On the fringes Of a tornado That kicks up Among other things The bones of my countrymen A harsh look Isn't going to wear me down Okay Jetzt müssen wir jetzt Alle umbringen Ach das ist ja Okay So weird You have my permission To die This should be interesting We're under attack Jetzt müssen wir hier Wow Kill all Und But das ist ja wieder so Was können wir hier machen Okay Das ist noch offen hier oder Das ist nicht Also das ist ein bisschen Da könnten Ich meine Warum können wir nicht Mit dem noch verhandeln Also das Das ist ein bisschen Also manchmal Ist das Spiel So ein bisschen Ähm Wir haben nicht mal die Wahl Quasi das Gespräch Zu beenden Und uns das nochmal Zu überlegen Ob wir irgendwas Anderes erst machen Oder so Man wird quasi gezwungen Hier alle umzubringen Das ist Fühle ich mich so ein bisschen What Die sind alle freundlich Hm Okay Ja also das Ist ein bisschen schade Da wird man so Quasi Das ist so Wie auf Schienen Äh Läuft die Handlung dann weiter Also man hat nicht wirklich Die Wahl Das ist ein bisschen schade Ja ich würde sagen Hier machen wir beim nächsten Mal weiter Da werden wir ja wahrscheinlich Einfach alle umbringen müssen Naja Gut Geht offensichtlich nicht anders Also bis zum nächsten Mal Tschüss Das ist so